Was ist die Technologietechnik, die ihr da einsetzt? Wie ein Institut. Also es ist nicht der klassische Zahnarzt, wie wir ihn kennen, wo schnell alles gemacht wird, sondern man nimmt sich Zeit. Klar, man kommt ja auch in die Ferien her. Das ist wahrscheinlich schon auch ein anderer Umstand. Man hat ein bisschen mehr Zeit. Ihr nehmt euch Zeit und das erzeugt wahrscheinlich ein sehr angenehmes Umfeld, in dem man sich dann einfach wohl fühlt und aufgehoben fühlt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.